Diese Hadith hat eine Vorgeschichte. In der Wirklichkeit überliefert ihn nämlich sein Sohn, Abdullah ibn Umar, über seinen Vater. Wenn wir uns nämlich mal anschauen, wenn wir uns mal die Quellwerke anschauen, dieser Hadith wird ja bei Muslim überliefert. Das ist jetzt hier nicht angegeben, aber Al-Nawawi, Al-Nawawi, Rahimahullah, sagt ja danach, Rawahu Muslim, dass ihn Muslim überliefert hat. Genauer gesagt hat Muslim dieses Buch, diesen Hadith ganz am Anfang überliefert. Denn Al-Iman Muslim beginnt sein Buch mit dem Kitab Al-Iman. Kitab Al-Iman, das Buch des Iman. Das ist nach der Einführung das erste Kapitel im Sahih Muslim. Wenn wir uns mal anschauen jetzt, wenn wir Muslim aufschlagen, dann sehen wir folgende Geschichte. Wir sehen folgende Geschichte. Yahya, eine Person genannt Yahya ibn Ya'mar, er berichtet hier. Yahya ibn Ya'mar berichtet, also Muslim überliefert, über Yahya ibn Ya'mar. Er sagte, der erste, der über den Qadar sprach, über den Qadar, also über die Vorherbestimmung, hier ist nicht gemeint mit sprechen, im positiven Sinne. Er meint damit im negativen Sinne. Jemand, der erste, der im Sinne der Abweichung vom, ich nenne es mal, Rechtsglauben, Rechtsglauben, also dem Glauben der Mehrheit der Sahaba. Mehrheit ist vielleicht nicht ganz richtig. Der Gesamtheit der Sahaba. Denn unter den Sahaba, das muss man anmerken, das ist eine sehr wichtige Sache zu wissen, es gab unter den Sahaba, unter den Sahaba, Redwan Allahi Aleyhim, sicherlich gewisse Meinungsunstimmigkeiten. Aber in zweitrangigen Sachen, in sekundären Dingen. In den Grundfundamenten und Elementen, also im Kernstück der Religion, hatten sie keinen Khilaf. Es gab unter den Sahaba niemanden, der beispielsweise Khariji war. Das heißt, den Khawarij angehören. Gab es keinen. Obwohl die Khawarij zur Zeit, zur Endzeit der Sahaba entstanden sind. Unter ihnen gab es keinen, der zu den Khadarij zählte. Al-Khadarij sind diejenigen, die den Khadar auf eine bestimmte Art und Weise negieren. Also es gibt verschiedene Stufen unter den Khadarij. Manche leugnen ihn vollständig, bis hin zum Wissen Allah Ta'alas. Und manche leugnen nur gewisse Bestandteile des Khadar, nicht alles. Jedenfalls sagt Yahya ibn Ya'mar hier, er sagt, der Erste, der sich negativ über den Khadar äußerte, also auf eine ketzerische Art und Weise, abweichen vom Mehrheitsglauben, abweichen vom Mainstream der Sahaba. Ich nenne es mal einfach Mainstream, aber wie gesagt, es gab niemanden, der davon abgewichen ist unter den Sahaba. Er sagte, das war in Basra. Das war in Basra. Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Die Person hieß so. Die bekannt geworden ist als Kopf und führende Persönlichkeit in dieser theologischen Aussage. Dann erzählt Yahya ibn Ya'mar, wie es Muslim berichtet, weiter. Er sagte, ich ging dann mit Humayd ibn Abdurrahman. Das sind beide Persönlichkeiten der Tabi'un. Das sind beide Persönlichkeiten der Tabi'un. Denn sie treffen sich ja hier mit den Gefährten des Propheten und diese Leute nennen wir Tabi'un. Die Tabi'un sind die zweite Generation oder die zweite, ja nennen wir es so, die zweite Generation im Islam. Und das sind jene Personen, die die Sahaba gesehen haben, getroffen haben, mit ihnen zusammen gesessen haben und von ihnen gehört haben. Genauso wie der Sahabi jene Person ist, die den Propheten sallallahu al-juhani gesehen hat als Gläubiger, als Muslim. Also es reicht nicht aus, Sahabi zu sein, dass man nur zu seiner Zeit gelebt hat. Man muss ihn im Zustand des Imams auch getroffen haben. Sonst wird man nicht als Sahabi bezeichnet, fachlich. Jedenfalls, er sagt dann, wir sind beide, Yahya ibn Ya'mar und Humayd ibn Abdurrahman, wir sind zur Zeit der Pilgersaison, als Pilgerer, beim Hajj oder der Umrah, sind wir nach Mekka gegangen und wir haben uns gedacht, wenn wir dort nur jemanden von den Gefährten des Propheten sallallahu al-juhani treffen würden. Wenn wir nur dort jemanden von den Gefährten treffen würden. Die Gefährten des Propheten sallallahu al-juhani waren nämlich nach dem Tod des Propheten sallallahu al-juhani verstreut. Einige waren in Mekka, einige waren in Medina, einige waren im Irak, manche waren im Scham, an verschiedenen Orten. Er sagt dann, wir haben, ja, wenn wir jemanden von den Gefährten treffen würden, damit wir ihn über die Aussage dieser, ja, er meint Ma'ba al-juhani und seine Anhänger, die in Basra, ja, in Basra entstanden sind. Basra ist eine Stadt im Irak übrigens. Basra ist eine Stadt im Irak. Die wird auch heute noch so genannt. Wir trafen Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ist jetzt der Sohn von Umar ibn Khattab, der uns hier diesen Hadith überliefert hat. Oder einer von ihnen. der uns den Hadith überliefert hat. Wir haben Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab getroffen, als er in die Moschee eingetreten ist. Wir haben uns, er sagt dann weiter, wir haben uns beide an seine Seite gestellt, also ich und mein Gefährte haben uns haben uns zu ihm gestellt. Einer an seiner rechten, der andere an seiner linken. Und da sagte ich, Yahya ibn Ya'mar sagte, ich fragte Umar, ich sagte, Abu Abdirrahman. Abu Abdirrahman ist die Kunya von Abdullah ibn Umar. Die Kunya, die Kunya, das sind Namen, die mit Abu oder Um beginnen. Abu oder Um, diese Bezeichnung nennt man Kunya. Ich sagte zu ihm, Abu Abdirrahman, bei uns, in unserer Gegend, haben sich Leute gezeigt, und jetzt kommt eine ganz interessante Beschreibung, es haben sich Leute gezeigt, die den Kur'an lesen. Zahara kibbalana unasun, yakraun al-Quran, noch eine weitere Eigenschaft nannte er, wa yataqafharun al-ilm, und sie streben eifrig und emsig nach dem Ilm, nach dem Wissen. Also das sind, sagen wir es so, das sind belehrte Menschen, das sind keine Analphabeten, das sind Leute, die Zugang zum Wissen haben und auch studieren. Und er nannte einige andere Eigenschaften von ihnen. Jetzt kommt er aber zum Punkt, weshalb er die Sahaba gefragt hat. Und hier zeigt uns dieses Verhalten von diesen zwei Männern auch, von diesen zwei Gefährten auch, dass der Glaube der Sahaba maßgebend ist. Der Glaube der Sahaba ist maßgebend und entscheidend. Denn sonst könnten sie ja irgendjemand anderen aufsuchen, von dem sie denken, dass er wissend ist. Oder bei sich zu Hause in Basra bleiben und dort irgendjemanden einen Wissenden, einen belehrten Mann fragen, von dem sie denken, hier, der ist für uns. Ja, der ist kompetent. Es geht aber nicht darum, ob man Wissen hat oder nicht hat. Es geht darum, dass es Maßstäbe gibt, an die man sich zu halten hat. Und eines dieser Maßstäbe, entscheidenden Maßstäbe, ist der Konsens der Sahaba. Wenn die Gesamtheit der Sahaba, und wir meinen hier damit unter anderem besonders in den Rechtsfragen, in den Rechtsfragen, jetzt mal ausgeschlossen von der Aqida, aber ich habe ja gesagt, in der Aqida, also in den grundlegenden Fundamenten des Islams, Aqida oder nicht Aqida, gab es unter den Sahaba keine Unschwimmigkeiten. Ja, in Zweigangelegenheiten, in sekundären Thematiken, in, sagen wir es mal so, sagen wir subtilen Dingen, ja, da hatten sie Meinungsunterschiede und diese wurden auch geduldet, auch unter ihnen. Aber in diesen großen Angelegenheiten, für die der Prophet ausgeschickt worden ist, die auf, sagen wir es so, die auf der Spitze seiner Prioritäten standen, hier kann es keine Meinungsunterschiede geben. Und deswegen haben sie jemanden der Gefährten gesucht, den sie fragen. Weil Allah Ta'ala sagt im Koran Wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, also wie ihr, oder die Angesprochenen davon sind die Gefährten des Propheten dann sind sie rechtgeleitet. Aber in den Rechtsfragen, wenn wir vom Konsens der Sahaba in den Rechtsfragen sprechen, also ich meine mit Rechtsfragen jetzt beispielsweise Dinge, die den Fikhr behandeln, die subtileren Sachen, dann ist das Maßstab hier natürlich sind die Gelehrten von ihnen, denn nicht alle Sahaba waren Gelehrten, also das sagt keiner. Nicht alle Sahaba waren Gelehrten. Ibn Hazm, in seinem Buch El-Ihkab, er erwähnt, nicht nur er, auch andere, Ibn Al-Qayyim in seinem Buch El-Ihlam Al-Mukka'in, erwähnt, dass die dass diejenigen Sahaba, von denen uns Vertauer übermittelt worden sind, also die Rechtsaussagen getätigt haben, Rechtssprüche getätigt haben, und die uns auch übermittelt worden sind, wenn man sie alle zusammenzählt, also mit eingeschlossen von denen, die nur sehr wenig ausgesagt haben, dann haben wir insgesamt 130 Personen, 130 Personen, und von diesen 130 sind besonders sieben Personen, sieben Personen von diesen 130 waren sehr herausragend, also was ich meine mit herausragend einfach, dass sie, wenn man mal vergleicht, alle Rechtsaussprüche, die überliefert worden sind von den Sahaba, wenn man wenn man mal einen Vergleich macht, in Bezug auf die Häufigkeit der Rechtsaussprüche, dann stechen sieben Personen besonders hervor, und die meisten Fatawa, die meisten Fatawa, die ausgesprochen worden sind, und auch die Marahib, die später entstanden sind, kehren zu diesen sieben Personen zurück, zu diesen sieben Personen kamen, also hier nochmal, unter den Gefährten des Propheten wurden von 130 unter ihnen Rechtsaussagen weitergegeben, sehr viele Rechtsaussagen haben sieben ausgesprochen, das sind Omar, Ali, Abdullah ibn Mus'ud, Aisha, Zayd, Zayd ibn Thabid, ibn Abbas und ibn Umar, ibn Umar, der Sohn von Umar, mit den beiden haben wir es auch in unserem Hadith gerade zu tun, hier ist Abu Huraira nicht erwähnt, das ist eine interessante Frage, warum ist Abu Huraira nicht erwähnt, in diesem Kontext, wir hören ja immer, dass Abu Huraira radiyallahu ta'ala die meisten Hadith überliefert, in der Gesamtheit der Sunan ist Abu Huraira der häufigste Rawi Kadent, der Hadith, warum ist er hier nicht erwähnt, weil das Überliefern ist eine Sache und die Fatwa ist eine andere Sache, das Überliefern ledigliche und bloße weitergeht von den Überlieferungen ist nicht gleich die Fatwa die Fatwa ist mehr als nur einen Text zu erwähnen die Fatwa bedeutet dass ein Rechtsurteil nach bestimmten Prinzipien Regeln und einer bestimmten Methodik aus einem Text abzuleiten und das ist wie gesagt mehr als nur einen Text zu überliefern und Abu Hureyra war in der Fatwa nicht an der Spitze in der Häufigkeit ja in der Überlieferung war er zählt er ohne Zweifel zu dem Tradenten mit der höchsten Überlieferungsanzahl aber in der Fatwa ist er nicht an der Spitze wir haben also hier diese sieben Personen dann gab es wir sind auch hier eine Frau unter den sieben und eines der Gründe weshalb sie vielleicht auch zu den höchsten zu den Frauen gehört mit dem höchsten mit der größten Häufigkeit der Überlieferung weil sie die jüngste unter ihnen war und auch entsprechend länger gelebt hat sie ist nämlich erst im jahr 53 nach der Hijra gestorben im jahr 53 nach der Hijra ist sie gestorben das heißt sie hat nach der Hijra noch über 50 Jahre gelebt auf großen Walzer ein großes Band heraus bringen mit den Fata eines einzigen von ihnen und mittelmäßig bedeutet dass man wenn man diese hier 13 genannten Personen alle zusammen ihre Fata sammelt dann könnte man auch ein von ihnen ein Band raus bringen und dazu gehören Abu Bakr das ist auch eine interessante Sache man fragt sich warum Abu Bakr nicht an der Spitze ist obwohl er doch der nach dem Propheten der beste Mann der Ummah ist das ist ganz einfach Abu Bakr hat nach dem Propheten nicht lange gelebt und in diesen zweieinhalb Jahren die er in seiner Khilafah verbracht hat in seiner Herrschaft war er beschäftigt übermäßig beschäftigt mit anderen Sachen mit inneren und äußeren Konflikten und daher war er nicht in der Position des Mufti der da sitzt und die Fragen der Leute beantwortet und sich dafür freistellt er war mit anderen Sachen beschäftigt und genauso das gleiche kann man über Osman sagen dazu zählen dann aber auch noch ein paar Frauen hier wir sehen wir haben Ommu Salama Ommu Salama auch eine der Frauen des Propheten das ist eine Ehefrau sie ist sogar später als Aisha gestorben sie ist später als Aisha gestorben also sie ist im Jahr 61 also ein paar Jahre später als Aisha verstorben Ommu Salama dann haben wir Anas Anas Ibn Malik gehört zu den kleineren Sahaba er gehört zu der kleineren Klasse der Sahaba wie Ibn Abbas auch denn beide Ibn Abbas und Anas Ibn Malik waren noch Kinder waren noch Kinder zur Zeit des Propheten dann haben wir hier Abu Sa'id und Abu Huraira hier in der Fatwa ist in der Mitte Abdullah Ibn Amr Ibn Zubair Abu Musa Al-Ash'ari Jabir Ibn Abdillah Mu'ad Ibn Jabal Sa'd Ibn Abu Waqqas und Salman Al-Farise und dann sehr selten das sind die übrigen wenn wir mal diese 20 hier rausnehmen die 7 und die 13 dann bleiben noch 110 übrig und die haben nur sehr selten Fatawa ausgesprochen das heißt wenn man sie alle alle 110 ihre Fatawa versuchen würde aus den Sunnan und den Überlieferungen herauszulesen würde man nicht sehr viel zusammenbekommen und dazu kann es Abud Arda Abud Arda hat sich nämlich zurückgezogen etwas isoliert gelebt Al-Hassan Al-Hussein Ubey ibn Ka'b Ubey ibn Ka'b ist berühmt mit dem Koran aber weniger mit der Fatwa Abu Ayyub Al-Ansari und das andere Tayyib jedenfalls sind gebildete Leute und sie sagen dass es keinen Qadr gibt ich meine damit nicht dass es keinen Qadr gibt die Texte des Korans wortwörtlich zu verleugnen das macht ja keiner der sich zum Islam bekennt denn keiner der sich zum Islam bekennt wird sagen die Aussage Allah Ta'ala hier kommt das Wort Qadr vor er wird nicht sagen hier dieser Vers stimmt nicht das ist eine Lüge das ist nicht korrekt und das muss aus dem Koran raus so geht es natürlich nicht sie haben gewisse Interpretationen gehabt aber sie wollten mit ihrer Aussage Allah Ta'ala dass es keinen Qadr gibt sie wollten damit sagen sie wollten damit sagen dass die Dinge beispielsweise nicht dass die Geschehnisse nicht niedergeschrieben worden sind und manche wollten sogar damit sagen manche gingen sogar so weit und sagten dass hiermit gemeint ist dass Allah Ta'ala die subtilen Details der einzelnen Geschehnisse erst nach dem Geschehen Er ist nach dem Geschehen erkennt Was hat Abdullah Ibn Umar dann gesagt Abdullah Ibn Umar wird nämlich in diesem Kontext jetzt den Hadith nennen aber vorher sagt er eine ganz interessante Sache er sagte zu diesen beiden Tabi'un er sagte wenn ihr nach Basra zurück geht dann und diese Leute auf diese Leute stößt dann sagt ihnen dass ich frei von ihnen bin und sie sind frei von mir wir haben nichts gemeinsam wir sind nicht auf einer Schiene wir haben nichts miteinander zu tun und dann sagt er Er sagte und bei Allah also und bei dem bei dem Abdullah Ibn Umar schwört wenn jemand von ihnen einen Berg voll Gold hätte einen Berg voll Gold das er ausgegeben hätte als Almosen als eine Spende oder was auch immer Abdullah Ibn Umar schwört hier das ist eine ganz interessante Sache er sagt nicht vielleicht vielleicht wir wissen ja nicht wie sein Inneres aussieht vielleicht hat er ein sauberes Herz Abdullah Ibn Umar schwört bei Allah also er zweifelt nicht er zweifelt überhaupt nicht daran er ist sich zu 100% gewiss darüber er sagte bei Allah ich schwöre bei Allah wenn sie einen Berg voll Gold ausgeben würden als Almosen Allah hat es von ihnen nicht angenommen er hat es von ihnen nicht angenommen bis wann bis er an den Qadar glaubt so wie wir daran glauben nach dem Verständnis und nach dem nach diesem Schema dass auch wir oder nach der Vorstellung die wir über den Qadar haben die wir direkt aus dem Mund des Propheten genommen haben das gehört nämlich zu den Fundamenten des Iman es ist nicht möglich dass diese sechs Säulen des Imans die in diesem Hadith vorkommen das sind die größten Pfeiler des Islams und dass die Priorität liegt in diesen Dingen es ist nicht möglich es ist nicht vorstellbar dass der Prophet 20 Jahre lang über sekundäre Sachen spricht und diese sechs Säulen nicht deutlich genug darstellt so dass die Sahaber danach darüber grübeln müssten wie das zu verstehen ist was kann das wohl heißen wie könnte man das auslegen das nicht möglich und deswegen und das ist ja auch der Grund warum es unter ihnen keine es gab keine es gab unter ihnen keinen Streit darüber was diese Säulen des Imams bedeuten was sie von uns fordern und verlangen das gab es nicht und dann sagt er jetzt kommt der Hadith jetzt erst erwähnt er den Hadith er sagt Mein Vater Umar Ibn Kattab erzählte mir als wir beim Propheten beim Gesandten waren und jetzt kommt der Hadith das ist die Vorgeschichte des Hadith und das ist wichtig diese Vorgeschichte zu kennen denn diese Vorgeschichte zeigt uns auch sie zeigt uns auch sie zeigt uns auch wie man was für eine Einstellung man mit jemandem gegenüber jemandem haben muss der eines dieser sechs Säulen des Imams leugnet wie es uns Ibn Umar hier praktisch gezeigt hat